Carlos, Mondi, De Jong, Dembélé und Martial, ja, auf jeden Fall solide Mannschaft, wie gesagt hier hinten, ne, Maldini hier hinten, Maldini, Maldini, okay, auf geht's, tut mir leid, Chat, tut mir leid, tut mir leid, mittleres Iconpack, komm schon, 92er Maldini jetzt, bitte EA Sports, sonst gibt's gar nicht so viele geile Innenverteidigermittel, ne, Desai und so, die sind halt alle ZDM, komm schon, müssen wir wieder was Gutes ziehen, ne, ich wollte zwar einen Innenverteidigermittel, oh, Hierro, immerhin nicht Puyol, wer wäre besser von beiden gewesen, ich weiß es nicht, Fernando Hierro, ich sag's euch so wie es ist, deswegen sag ich euch, deswegen sag ich euch, nimmt dieses, dieses Base Icon Pick, aus den Packs wird man immer nur gescammt, glaubt mir, diese Pick, selbst, selbst wenn man da dann nur einen 600k Spieler oder so zieht, guck mal, das ist 200.000, dafür hat der 50 Tokens oder so ausgegeben, nimmt die Picks, glaubt mir, nimmt die Picks, ähm, Zakaria Elvedi, der Mann aus unseren Wundertüten, ansonsten, man, nee, Rashford, äh, haben die nicht so mehr Chemie, ja, oder, so hat doch Walker mehr Chemie, Rashford war eh auf 7, also, nur ein Angebot, aber wir ziehen dir jetzt einfach einen R9, dann brauchst du keinen Markus Rashford mehr, oder den Hullit, dann brauchst du keinen Vinaldo mehr, was hältst du denn davon? Gehen wir mal rein, auf geht's, viel Glück, mein Freund. Ich will mal so eine richtig krasse ziehen, so eine richtig krasse Mittlere, wie gesagt, so R9 oder Hullit oder so, oder auch Zidane, Deutschland. Was für Miro Klose, Mann, mit 83 Pace, Miro, Junge, ich will dich ja nicht haten, ja, aber, aber, sorry, Bruder, nee, ich will einfach keinen Arm im Team, Miro, tut mir leid. Okay, Michael Ballack hat er da als Choreo, den Ballack 89, der können wir jetzt da lassen, Neymar holt er sich noch, Perfect Link mit Rafinha, interessante Variante, habe ich so auch noch nicht gesehen, aber Stats sind eigentlich solide, feiere ich, dass du mal ein bisschen was anderes spielst, Rebic, ähm, ja, Rashford Innenform, stabil, schauen wir mal rein, äh, ins nächste Pack, wir machen beim nächsten wieder eine Vorhersage, Chat. Auf geht's, Basis oder Mit? Zumindest mal eine Mit-Icon, naja, schon was, okay, einfach eine spielbare, mittlere Icon, oder zumindest mal eine spielbare Icon, sagen wir es einfach mal so, Yashin, das ist spielbar, wer ist denn besser? 89er, der 91er, der wäre wahrscheinlich besser gewesen, ne? Naja, kann halt bis zum Ende, hat er immer wieder einen Torwart im Tor. Der ist spielbarer als viele andere Icons, die wir hatten, auch wenn Torwart halt jetzt nicht so geil ist immer, ich weiß, aber du, bist ja auch ein guter Torwart, ist halt noch in, ist, ist halt noch in Ordnung, du bist sogar Russe, ja, guck mal, hast du hier deinen, äh, Landsmann, wie hieß der nochmal? Schwarze, schwarze Spinne, Black Spider, Lev Yashin, okay. Oh, lol, holy moly, das kommt ja aus dem Nix, alter. Ja, Mann, Base Icon Pick, du Maschine, Junge, auf geht's, aus dem Nix, Junge. Ja, Mann, da machen wir jetzt R3 Pick, okay, R3 Pick, aber wie mache ich das? Wer aus dem Chat ist das? Ich weiß es nicht, wer das ist, der hat mich gerade einfach hier eingeladen, und das ist ein Schalker, einfach so aus dem Nix. Oh, lol, der hat sogar einen roten Ronaldo, Junge. Okay, pass auf, dann mache ich gleich einfach diese hier, mache meinen Monitor aus, ne, mache dann hier X und einmal R3 reindrücken, oder? Und er darf halt nicht spoilern, korrekt? Dann mache ich es jetzt auf, drücke jetzt auf X, habe gemacht, Pack ist geöffnet, und drücke jetzt R3. Habe R3 gedrückt. Okay, ich mache Bildschirmer an und versuche im selben Augenblick für euch umzuschalten. Komm, erstes, auf geht's, ich wünsche dir ganz viel Glück. Wir gucken. Garincha im Ernst, Junge. Boom, Alter, boom, 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 boom. Das ist der allererste, das ist schon ein Garincha. Ich sage es euch, das sind die allerbesten Packs, die man machen konnte, egal ob 83 plus oder mit eigen oder was auch immer. Diese Picks, diese Picks, die sind immer gut, immer, die sind immer gut, immer, immer, die sind immer gut. Garincha im Ersten, zweiter Pick, zweiter Pick, zweiter Pick. Seid ihr ready? Drei, zwei, eins, auf geht's. David Beckham, auch eigentlich ganz cool, sage ich euch ganz ehrlich, ist ein neuer Icon. Ist, glaube ich, auch gar nicht, ich meine, toppt keinen Garincha, aber das ist auch schwierig, den noch zu toppen. Fände ich aber auch ganz nice, also ich persönlich fände den ganz nice. Als ZM kann man den auch, glaube ich, gut spielen. Kostet 900.000 sogar. Also wir haben eine 1,2 Millionen Icon oder 1,3 Millionen sogar Garincha und 900.000 von Beckham. Das ist eine ganze Menge, aber ob wir Garincha noch toppen können, ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Komm schon, dritter Pick, drei, zwei, eins, letzter, Zambrotta. Auch der wäre okay gewesen. Schauen wir uns einmal an. Garincha, Beckham oder Zambrotta, das sind alles drei gute Karten. Diese Picks sind insane. Ich sage es euch, selbst nur mit so einem Zambrotta, selbst mit dem hätte man schon viel anfangen können. Mit einem Beckham sowieso, aber Garincha toppt natürlich alles. Können die auch einfach, da, Garincha nimmt der. Okay, genau die richtige Entscheidung. Der ist so nice bestimmt. Den will ich bald auch nochmal spielen. Okay, gehen wir mal rein. Basis oder, oh, ich muss mich noch um einige Gegenstände kümmern. Emre Can, darf ich den abstoßen? Ich denke schon, ne? Tschüss Emre. Was hat der eigentlich für ein Team, haben wir uns das schon angeguckt? Nee, ne? Kappa, Aidu, Nacho und Masip. Äh, ja. Könnten wir vielleicht mal Maldini gebrauchen. Maldini. Maldini gebrauchen. Auf geht's. Rein da. Ein guter Innenverteidiger wäre schon mal die halbe Miete. Weil Nacho ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, nicht mehr so zeitgemäß, ne? Im Januar in FIFA. Fünfundacht. Sogar der Fünfundachtziger. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Äh, 180.000. Ja. Ist eine Icon eine Million oder mehr wert? Ganz einfach. Ganz einfach. Beim letzten Mal hatten wir Garincha heute. Boah, Junge. Let's go, man. Das sind deine Lieblingspacks. Willst du das aufmachen? Ja. Ja? Ist das okay für den Kollegen hier? Dass mein Bruder das aufmacht? Wenn ja, schreibt mal mal hier ganz kurz ja. Ich bringe uns da mal ganz kurz hin. Ich denke schon. Wenn nicht, dann mache ich es natürlich selber auch. Muss mir noch sein Team eben angucken für den nächsten Pick. Aguero. Werner. Lahm. Was können wir gebrauchen? Fabinho ist ein guter IV. Da sehe ich schon mal hier den Trese, gell? Den würde ich ungähend spielen. Aguero ist ein guter Stürmer. Aber Eusebio würde gut passen. Oder Cruyff oder so. Und zur Not halt ein Innenverteidiger, ne? Der hat er sogar tauschbar. Ich würde aber, wie gesagt, vielleicht tauschst du dir auch ingame um. Du hast die goldenen Finger. Warte noch kurz. Okay, seid ihr ready? Mach es auf. In drei. Nee. Drei, zwei, eins. Auf geht's. Eusebio. Bäm, Junge, du Maschine. Wir ziehen dir den Leuten die allerbesten Icons. Eusebio. Check, Junge. Gute Arbeit. Auch wenn es nicht für mich ist. Zack. Für die Community. Wenn die eine Legende. Er hat eine 100%-Quote auf Eusebio. Das kann, glaube ich, sonst keiner von euch behaupten. Ein alter Lacker. Ich lasse dich jetzt einfach immer meine Packs öffnen lassen. Und du ziehst mir dann wahrscheinlich immer nur Onanas. Bumm, Junge. Zack, da ist er, der Eusebio. Und vor allem Seedorf wäre halt sogar auch noch gut gewesen, ne? Das ist halt das Ding. Seedorf wäre halt sogar auch noch gut gewesen. Nehmen wir ihn direkt. Ja, natürlich nehme ich den direkt. Der allerbeste. 4,5, 4,6 Millionen. Junge, Junge, Junge. Ich ärgere mich so hart, dass ich das nicht gemacht habe. Und wie oft seit Tagen predige ich es euch schon fast, dass ihr diese Picks nehmen sollt. Und ich sag's euch immer wieder. Diese anderen Packs, die sind scam. Bei denen habt ihr fast immer was Gutes. Immer. Finde ich fast immer was Gutes. Ich ärgere mich selber so hart, dass ich das nicht gemacht habe. Wenn die das nochmal machen, ich mach wieder dieses Pick. Junge, Eusebio. Das ist mal ne Truppe, die du hier zusammen hast. Das ist mal ne Truppe. Auf geht's, Mann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.